Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie ist mein Befehl zu widersetzen! Oh, weicht euch das einfach, Gettung! Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrochen... Ich stand Feiglinge! Mein Führer, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang hat das Militär mal eine Aktion im Loppe hielt! Es hat mit jedem nur ein Fettpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere nicht viktieren zu lassen, wie Stalin!